Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer-Herz begehrt zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Herzlich willkommen zum Community Monatsmaler. Ja! Wir sind ja immer noch in der ersten Woche nach der Sommerpause. Deswegen gibt es diesen Monat im Monatsmaler das Spotlight auf euch. Ich meine, wir haben ja mittlerweile so jeden Monat halt so ein bisschen Community-Bilder mit reingepackt. Aber so im September ist es traditionell immer die Zeit der Community und deswegen gibt es diesen Monatsmaler nur Community. Deswegen sitzen wir auch hier und nicht im normalen Monatsmaler-Set. Warum auch quasi jetzt noch kein neuer Monatsmaler direkt kommt. Wir sind gerade ordentlich im Umbruch. Ganz viel umzustrukturieren. Es wird gerade ein bisschen umgebaut. Es wird später noch mehr umgebaut. Es wird auch an Strukturen umgebaut und so. Es wird umgebaut. Ja, es wird sehr viel umgebaut. Deswegen, wir sind zwar auf der Sommerpause zurück, aber wir regeln gerade noch sehr viel interne Sachen. Und die erste Ankündigung können wir jetzt direkt hier machen. Denn wir wollen mal YouTube-Kanalmitgliedschaften ausprobieren. Ja. Sollen wir erstmal kurz den Grund dafür sagen? Ja, oder? Ja. Weil der Grund ist, auf der einen Seite haben uns viele Leute gefragt, kann man euch auch irgendwie Patreon-mäßig unterstützen, ohne dass man halt PayPal oder eine Kreditkarte braucht. Weil bei Patreon geht halt nur PayPal und Kreditkarte. Bei YouTube kann man aber auch mit Banküberweisungen bezahlen, wenn man einfach eine EC-Karte hat. Deswegen haben wir gedacht, fügen wir das noch mit ein. Und außerdem gibt's gerade so ein cooles YouTube-Bonus-Programm. Und wir haben uns eh so ein bisschen mit dem YouTube-Stream angefreundet. Das hat uns sehr gut gefallen. Deswegen haben wir gedacht, probieren wir das einfach mal aus. Es soll nicht gierig sein. Wir wollen jetzt nicht, dass alle Patreons und alle Twitch-Subs auch YouTube-Kanalmitglieder werden. Es ist einfach nur mal eine extra Möglichkeit. Und auch erstmal ein kleiner Testlauf. Wenn ihr es jetzt alle scheiße findet, dann werden wir es wahrscheinlich auch nicht auf ewig weitermachen. Aber wir probieren es einfach mal aus und gucken, ob ihr da Bock drauf habt. Und lasst da auch gerne konstruktive Kritik zu da. Ja. Das ist sehr wichtig für uns. Um euch einmal kurz vorzustellen, was es gibt. Es gibt drei Tiers. Für fünf Euro seid ihr als Kanalmitglied dabei. Alle kriegen immer so Spezial-Emojis und im YouTube-Chat dann so ein Abzeichen. Und bei fünf Euro kriegt ihr exklusive Livestreams. Dazu gleich mehr, was da stattfindet. Und außerdem so ein paar Behind-the-Scenes-Shorts. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Shorts, die es jetzt schon gab. Aber da wir generell auch unser YouTube-Shorts-Game upsteppen wollen, gibt es dann halt nochmal wirklich so die extra Behind-the-Scenes-Behind-the-Scenes-Sachen, die also ein bisschen witzig sind und so halt. Es wäre jetzt keine krass produzierten, sondern es ist eher so ein bisschen... Wenn ihr mal wieder Apfelsaft an die Decke schüttet. Ja, also halt einfach so dieser Kram, wo man normalerweise, ich sag jetzt mal, eigentlich kein Short drüber machen würde, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Das kommt dahin so ein bisschen halt so intimere, privatere Einblicke. Und weil wir wollten sowieso schon seit Ewigkeiten endlich mal richtige Shorts machen. Und dann haben wir einen Grund, richtige Shorts zu machen, weil wir die Shorts halt nach da schiften. für die Leute, die es dann auch wirklich interessiert. Weil ich glaube, jemand, der nicht Paintomancy kennt, dem ist scheißegal, ob wir gerade bei Ikea waren. Und dann kann man da auch nochmal so ein bisschen zügelloser sein, weil es dann eben nochmal so ein bisschen gepaywalled ist und nicht einfach so quasi offen im Internet steht. Und man weiß so ein bisschen, ja, das ist halt für die Engen. Nach Aussehen sehen wir etwas professioneller dann aus. Ja. Dann für 10 Euro kriegt ihr einen Teil dieser exklusiven Livestreams, wo ihr teilnehmen könnt. Also alle können die Livestreams gucken. Aber wenn ihr 10 Euro Kanalmitglied seid, dann dürft ihr Bilder von euren Figuren einreichen und Armehlisten einreichen. Und die werden dann einmal im Monat halt in einem Special-Stream von uns angeschaut. Und zum Beispiel bei den Malbildern wird dann Genie euch professionelles Feedback geben. Was könnt ihr besser machen? Und das wird nicht so ein Rumgegläse wie jetzt im Community Monatsmaler, wo wir sagen, alle haben geile Arbeit gemacht. Sondern da gibt es wirklich die richtig konstruktive Kritik ins Gesicht. Also wenn ihr wirklich euch mal richtig krass konstruktive Kritik abholen wollt, dann ist das der Ort. Und genauso bei den Armehlisten. Da werde ich auch nichts durchgehen lassen. Da werde ich euch mal richtig schön durchkritisieren. Und außerdem kriegt ihr für 10 Euro B-Roll-Videos. Denn uns ist jetzt öfter mal aufgefallen, manchmal bleibt uns so Videomaterial übrig, wo wir sagen, okay, das passt jetzt irgendwie von der Struktur nicht mehr ins große Video rein. Und wäre aber schade, das wegzuschmeißen. Aber wir hatten irgendwie keine Verwertung dafür die letzte Zeit. Weil es dann auch meistens nicht genug wäre, um jetzt halt ein riesiges eigenes Video zu machen. Oft ist es halt zum Beispiel sowas wie, ach, wir haben die Base-Gestaltung von einem Tutorial noch mitgefilmt. Oder wir haben das noch mitgefilmt oder so. Und das werden wir dann in so B-Roll-Videos verarbeiten. Das ist so ein bisschen, es kommt, wenn es kommt. Wir versuchen es relativ regelmäßig mit einzubinden, dass so zumindest einmal im Monat etwas kommt. Wenn es sich halt öfter anbietet, dann auch öfter. Aber das werden immer nochmal so nice kleine Bonus-Videos. Ja. Und dann gibt es noch das 25-Euro-Tier. Das ist das Scam-Tier. Das ist das Scam-Tier. Ihr kriegt ja keinen geilen Bonus für. Es ist wirklich nur, wenn ihr sagt, Mann, ich finde die so geil, ich will die einfach geil rein supporten. Und ich habe aber keinen Bock auf Patreon, wo ich noch ein T-Shirt kriege. Sondern da kriegt ihr einfach nur eine spezielle Erwähnung. Dann werdet ihr dann einfach am Ende vom Video mit, mit den Patrons genannt. Und wir planen noch eine spezielle Sache dazu. Aber die kündigen wir jetzt noch nicht an. Das kommt dann, wenn es kommt. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Eben. Uns ist halt wichtig, dass der Content quasi, den wir dann auf YouTube... Wie hieß es nochmal? YouTube-Mitgliedschaft. Ja. Weil ich war gerade Premium. Aber Premium ist ja das andere. Uns ist da wichtig, dass das sich stark von Patreon unterscheidet und nicht quasi dasselbe ist. Weil Patreon soll halt immer noch dieser starke Fokus auf Mal-Tutorials sein, sich quasi im Hobby verbessern. Ja. Und YouTube-Kanal-Mitgliedschaften soll halt eher so, ich sag jetzt mal, halt dieser Part von intimer, privater... Da könnt ihr auch quasi wirklich auch eigentlich als Kanal-Mitglied ähnlichen Content erwarten, wie es halt auch so auf YouTube gibt. Genau. Und Patreon ist halt wirklich ganz klar einfach, wenn ihr Tutorials haben wollt und wenn ihr halt die Möglichkeit habt, bei Patreon zu supporten, dann wollen wir da was zurückgeben. Beides ist halt, wie gesagt, beides ist ein extra Bonus. Wir werden jetzt keinen wichtigen Content in Anführungsstrichen irgendwie paywallen oder so und immer sagen so, ah, die andere Hälfte vom Video findet ihr dann auf der Kanal-Mitgliedschaft oder so. Es ist einfach nur für uns eine Möglichkeit noch auszuprobieren, was wir alles aus dem Projekt machen können. Und besonders halt auch ein wichtiges Sprungbrett für die zukünftigen Projekte. Weil gerade mit diesem aktuellen Bonus-Programm ist es gerade eine sehr coole Möglichkeit, über YouTube ein bisschen extra Budget reinzukriegen, weil man kriegt nämlich so eine Provisionszahlung, wenn man jetzt Kanal-Mitgliedschaften aktiviert. Und das Geld werden wir uns nicht in die Tasche stecken, sondern das wird halt komplett wieder in Paintermancy reinvestiert, um euch in Zukunft noch mehr und noch geileren Content zu bringen. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal im Podcast so gefragt, wie ihr so einen Shop findet und so. Sowas ist auch irgendwie eine Überlegung. Was aber natürlich auch... Ich hab da jetzt die Tagung nochmal eine Nachricht zugekriegt und ein paar Kommentare dazu gelesen. Das braucht halt alles Zeit und Startbudget. Und wir haben halt leider null Startbudget, weil wir halt gerade so das Geld reinkriegen, um das Projekt zu finanzieren. Und deswegen ist das halt so ein bisschen eine Möglichkeit dafür. Es ist keine Geldgier, sondern wir wollen einfach nur das Projekt geiler machen. Und deswegen das mal ausprobieren. Deswegen, falls ihr uns einfach unterstützen wollt, dass wir das weitermachen können, was wir hier tun, überlegt euch vielleicht einfach mal, ob so eine Kanalmitgliedschaft nicht vielleicht das Richtige für euch ist. Aber jetzt genug davon. Ja. Die Leute sind so Community-Monatsmaler. Erstmal halbe Stunde. Werdet keine Kanalmitglied. Fünf Euro. Komm in die Gruppe. Ja, komm in die Gruppe. Wie so ein Markrufer. Ja, genau das. René, du darfst das nicht so weit zu dir schieben. Ich muss auch gucken können. Ja, das stimmt. Genau. Also, wir hatten ja den Community-Monatsmaler. Und da ist ja jetzt das Besondere. Klar, ihr könnt jeden Monatsmaler eure Monatsziele ebenfalls einreichen, die wir zeigen. Aber diesen Monat reden wir darüber. Da gibt es jetzt unseren Senf dazu. Genau, unseren Senf dazu. Und ihr habt geil gemalt. Ihr habt viel gemalt. Und teilweise bin ich wirklich krass beeindruckt, was dabei rumgekommen ist. Weil, ähm, es ist ja nicht jeder so verrückt und macht irgendwie eine 2000-Punkte-Armee innerhalb von einem Monat oder gar einer Woche. Ja. Ja. Was haben wir denn als erstes? Ja, als allererstes, äh, ich hab mir mal den, äh, Matt rausgesucht. Boah, das ist direkt, wir starten direkt mit einem richtigen Banger, ne? Wir starten nicht strong. Das ist, äh, das ist direkt, äh, ein Riesending. Ähm. Also erstmal die Menge ist einfach krass. Ja. Also ich finde auch, das Foto ist total, äh, cool. Ich weiß nicht genau. Das ist, glaub, ist das die, ähm, Spearhead oder ist das sogar noch mehr als die Spearhead? Das ist mehr als die Spearhead. In der Spearhead ist, glaub ich, nicht hier dieses Sticke-Ding drin. Ja. Das ist auf jeden Fall mehr als die Spearhead. Auf jeden Fall hat der wunderschöne Osteck Bone Reapers gemacht. Ich, ähm, finde da, äh, einfach richtig geil diesen Kontrast, äh, zwischen Rot und Blau. Mhm. Das ist etwas, was man sich trauen muss, weil der ist ja schon einfach heftig. Ja. Ich meine, das ist halt so ein Primärfarben-Kontrast. Aber der hat das, äh, unfassbar gut hinbekommen. Ähm, dass es irgendwie nicht zu viel Blau ist und das Rot trotzdem nicht untergeht. Also, wisst du, was ich meine? Ja, das ist durch dieses Beige, dass das Ganze dann nochmal so, ich sag mal, neutral aufbricht. Weil wenn das jetzt alles Rot wäre, wäre es halt viel zu heavy. Aber durch dieses Beige ist das halt mega geil. Und ich finde irgendwie die Art und Weise, wie das Blau aussieht. Also, es sieht so richtig cool geweathert aus. Weil es sieht irgendwie noch shiny und strahlend aus. Aber eigentlich, gerade auf den Bannern, ist es ja schon so richtig weathert. Und irgendwie, äh, es ist total geil und interessant anzusehen. Der Spanner sieht so ein bisschen mystisch aus. Ja, ja. Ich finde auch, die Bases sind super geil. Die passen mega geil dazu. Ähm, da, äh, finde ich auch einfach so, es hat kein krasses Basing-Konzept. Mhm. Aber es ist so, dadurch, dass es so viele Taft sind und so ein bisschen Höhenunterschiede und so, sieht einfach eine Base so schnell krass aus. Weißt du, woran mich, äh, die Bases erinnern? Nee. Ich spiele ja gerade wieder Aiden Ring. Mhm. Und das erinnert mich so, äh, so ein bisschen an, äh, dieses Gebiet, was, ähm, vor der Stadt ist. Vor der, äh, Hauptstadt, bevor man da reinkommt. Die ist ja auch so, ja, so golden, hat auch so ein paar so, eher so herbstlich, sag ich jetzt mal. Und, äh, das erinnert mich irgendwie total daran. Vielleicht wegen den großen Tafts hier oder so. Ja. Auch diese kleinen Blutpools finde ich halt total geil. Und da sieht man auch wieder einfach, was Pigment an so einer Base machen kann, ne? Wenn die einfach nur flat bemalt und gewasht wäre, aber Pigment, so ein Chef's Kiss. Ja. Matt, du musst mir bitte einmal, ähm, in die Kommentare schreiben, ob du die ganzen Knochen bei den Pferden, äh, ob du die gehighlighted hast oder ob du die gedrybrushed hast, äh, weil das sieht richtig gut aus. Und ich hoffe jetzt gerade einfach, dass du sagst, ja klar, hab ich einfach mit, äh, mit, keine Ahnung, äh, Bone White gedrybrushed und dann fertig. Ja. Weil, äh, ich, ich liebe Euge auch noch mit Bone Reapern, aber... Sie sind schon schön, ne? Ja. Ich, ähm, hab noch so ein bisschen Angst vor einem Eon Highlights auf Knochen. Vor allem finde ich das Schöne jetzt zu sehen, dass man die Armee einfach nehmen kann und einfach die Rüstungsfarbe beliebig macht und dann sieht's geil aus. Und jetzt bin ich so, ah. Hm. Weil bis jetzt hab ich nie was Geiles gefunden, was nicht Boxart war. Und das ist so... Hm. Aber was krass ist ja, das ist ja nicht mal alles, was, äh, Matt gemacht hat. Also der, der hat ja einfach noch, hier, äh, ich guck mal gerade, wie viel sind das? Ich glaube, er hat noch 6 8-Bound dazu bemalt. Oder sogar 9. Oh, ja, stimmt. Ich glaube, 6 8-Bound hat er noch, oder 5, auf jeden Fall hat er noch 8-Bound dazu bemalt. Und auch noch, ähm, Jackals. Äh, die stehen ja auch noch mal am Rand, ähm, bei diesem großen, äh, Gruppenbild. Ich kann's ja gerade nicht erkennen, wie viele 8-Bound es genau sind. Ich meine, 1, 2, 3, 4, 5... Ne, ich glaube, es sind 6 Stück. Geil. Und nur eine ganze Einheit Jackals. Das ist halt auch so. Das hab ich manchmal nicht mal in einem Monat geschafft. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Lange dauert. Weißt du, dein letztes Monatsteel? Ja, ich nehm 6 8-Bound, werd die aber nicht anneuen, weil, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock. Hahaha. Und, äh, dann hat er aber auch noch, äh, hier Testmodelle gemacht für sein, äh, neues Homebrew-Space-Rain-Chapter. Und die sehen halt auch schon wieder richtig geil aus. Das ist richtig schön. Äh, ich muss sowieso sagen, ich finde, Matt ist mein persönlicher Community-Hobbyheld, weil der so abgeliefert hat. Weil wir machen ja jetzt seit einem Jahr, ähm, quasi dieses Community-Monatsmaler-Segment drin, bei den Patrons im, äh, Monatsmaler. Und, äh, ich weiß nicht, ob's einen Monat gab, wo Matt nichts eingeschickt hat. Und da hat er halt die ganze Zeit seine, ähm, Space-Wolf-World-Eaters, äh, gepostet. Und das war immer so geil. Und dann hab ich die auch im, äh, Münster mal live gesehen, die Armee und so. Ach, cool. Und, äh, der hatte einfach richtig, richtig viel geile Sachen angemalt. Und dann freu ich mich schon drauf auf die Space-Rains, weil die auch schon wieder richtig cool aussehen. Die, weil die haben so richtig, man merkt so richtig, die haben so einen eigenen Stil. Ja. Ähm, die sehen irgendwie, die erinnern mich so ein bisschen, ähm, jetzt nicht genau vom Look, aber so von, ähm, von der Idee so einen eigenen Space-Rain-Chapter zu machen, äh, an die, ähm, wie heißen die auf Instagram? Ah, ich weiß nicht, du meinst, äh, ah, ja, wie heißen die nochmal? Soul-Haunters oder sowas? Ja, irgendwie sowas war das, ist das, glaub ich. Die haben, die mit den ganz vielen Ketten und so. Ja, die haben immer so, so Stoff haben die immer so drum und sind so, auch so, so grau. Ja, auch so. Ja. Ja, die sind richtig geil, ich find die Schilde geil, ich find diese Backpack-Aufsätze geil, die Spebe. Die sind cool, ne? Ja, und, und auch hier dieser, der Helm noch dazu. Also, wie Roman sagt, es sieht so richtig geil wie ein eigener Space-Rain-Orden aus und nicht einfach nur, ja, ich hab jetzt hier ein zusätzliches Bit und das klatscht irgendwo dran. Ja. Sondern es sieht einfach, es sieht total stimmig und geil aus und das find ich einfach nice. Ja. Deswegen. Das Banner, übrigens das Banner. Fucking love it. Das ist richtig cool. Ja, das ist dieser Trick, dass du halt einfach so ein bisschen festeres Papier nimmst, echtes Papier und damit halt einen Banner machst. Und, ähm, ist halt eigentlich total underrated die Methode. Ich hab gestern irgendwie noch so ein Squidmar-Video gesehen, wo der, äh, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, ob der da aussieht wie Harry Potter. Mhm. Wo er irgendwie so in 24 Stunden so einer, ähm, war das Black Templar? Auf jeden Fall war da, da war ein Line dabei, der war so umgebaut irgendwie anmalt. Und da hat er irgendwie auch bei dem Light, hat er irgendwie so ein großes Banner. Ich hab mir, ich hab nur so durchgescript, aber wo so irgendwie so der Imperator drauf ist. Da frag ich mich auch, ob der das irgendwie draufgedruckt hat oder so, oder gefreehandelt hat. Weil das hat er ja nicht in 24 Stunden gemacht. Das ist aber eigentlich auch total geile Technik. Das ist, ich glaub das ist so aus, ähm, hier diesen, ähm, nicht Papier, sondern so Blech, nicht, oder sogar so ganzes Blech oder sowas. Ah, ähm, Edgepress. Ja, Edgepress. Ja, sowas. Ja. Ja, spannend. Aber eigentlich voll smart, wenn du einen guten Drucker hast, die einfach ein schönes Warmer-Artwork auf einem Stück Papier ganz klein drucken, ausschneiden und als Banner benutzen. Ja. Ja. Big Brain. Ja, wen haben wir denn als nächstes? Als nächstes, äh, kommt dann, äh, der Roman. Ah, da seh ich schon hier, der hat irgendwie eine Skaven angemalt. Ja. Äh, das ist, äh, auf jeden Fall eine riesige Menge. Also es sind, glaub ich, 20 Kandorten, da hat er was dazu geschrieben. Was sind, sind es 20, es sieht irgendwie mehr als 20 aus, oder? Ich glaub, in dem Channel kann man nichts schreiben, das war das Ding. Ah ja, stimmt. Ja, man konnte nur Bilder posten. Aber ja, das sieht mehr aus als 20, weil das sind 5. Warte, ich zähl kurz. Redet ihr schon mal über die Bemalung, ich zähl. Also es scheint ja auch so, als ob er die, ähm, quasi Unitwise ein bisschen farblich, äh, getrennt hätte, was ich auch super smart finde, weil dann kannst du auf dem Spielfeld auch einfach besser auseinanderhalten. Also sie haben ja trotzdem ein ähnliches Element, ne? Also dieser gelbe Stoff, der scheint ja durchgehend zu sein, aber dann hast du hier grün, da rot, und ich find das irgendwie einfach, ne? Und da ist das blau. 40. 40 Clanratten. Damn. Ja, find ich geil. Weil einerseits, also sie haben alle den gelben Stoff und ne Zweitfarbe, das heißt, die sehen zusammengemischt geil aus, oder du kannst die geile Truppwise trennen, was halt fürs Spielen mega cool ist. Ähm, ich glaub, mein Favorit ist tatsächlich dieses, ähm, dieses Ghostly Green. Ja, meins auch. Ja. Das Ghostly Green mit dem Gelb. Das find ich übertrieben geil. Auch mit dieser, mit dieser Senf-Gelb-Kombination. Also ich bin eigentlich nicht der Fan von so nem Gelbton, aber gerade so mit der Rattenhaut und dem Holz und dem Metall bin ich so... Aber auch die Ratten selber, also hier hinten zum Beispiel, der hat ja sehr, sehr viel Fell gemacht. Also man nicht einfach nur ne Rattehautfarben bemalt, sondern halt so richtig schön grau und dann den Übergang an der Schnauze gemacht. Also das ist halt nicht einfach nur so, ja, ich mach schnell meine 40 Clanratten an. Sondern die, die gefallen mir voll gut. Und auch die Bases. Das ist wahrscheinlich ne, ja, das ist ne Green Stuff Texturrolle, glaub ich, mit der drüber gerollt wurde. Und dann einfach so ein bisschen Steinchen drüber rum. Ähm, hammergeil. Finde ich echt cool. Die haben sich halt super für Mühe beim Metall gegeben, ne? Ja. Weil da sieht man ja wirklich, wenn man so ein bisschen ranzoomt, da ist alles mit einzelnen Pinselstrichen nochmal draufgeballert auf Metall. Edge-Highlighted, Kratzerchen. Also das ist schon sehr cool. Der ganze Stoff ist auch gehighlighted. Also, wow, so viel Aufwand für Clanratten. Ja. Aber es ist geil. Es ist... Ich glaub, das macht richtig Spaß, die jetzt so aufs Spielfeld zu stellen. Mhm. Und ich find auch irgendwie die Farbwahl cool. Also ich mein, das kann jetzt natürlich auch durch die Bilder sein, ne? Mhm. Aber es wirkt alles so trotzdem so desaturiert. Ja. Also, wie gesagt, kann auch durch die Bilder kommen. Aber, äh, das hat irgendwie sowas so, ähm, ja, ich find das, das gibt den ganzen auch nochmal so einen Grimdark-Faktor. Es hat irgendwie was wie so, ähm, Adelshäuser, dass die so, diese unterschiedlichen krassen intensiven Farben haben, weißt du? Weil das ist dann so... Mhm. Es fällt auch dran liegen, dass wir grad nochmal Game of Thrones gucken, aber irgendwie erinnert es mich so an, ah, okay, und die Ratten sind so in ihrem Team, sag ich mal. Ja, aber auch gerade fürs Spielfeld, besonders wenn da auch Sachen wiederkommen können oder so. Ja. Mega praktisch. Dann haben wir als nächstes von, ähm, Tourguys, einen Great Uncle in One. Mhm. Also erstmal grundsätzlich, äh, Tourguys, du hast so unfassbar viel gemalt. The craziest. Also, das sind ja mindestens irgendwie zehn Charakter-Modelle oder was, was du quasi fertig gemacht hast. Mhm. Und, ähm, wir haben uns jetzt gedacht, weil wir können uns an jedem richtig aufhängen. Ja. Äh, deswegen, äh, haben wir uns einfach dazu entschieden, den, äh, das eindrucksvollste. Besonders Tourguys meint ja, ist ja auch jemand, der jeden Monat am Start ist. Also ich glaube, der hat jeden Monat bis jetzt auch, äh, irgendwie Charakter-Modelle gepostet. Krass. Ja, aber der Great Uncle in One, der, da war ich so, nee, wenn, wenn wir uns was raussuchen, dann möchte ich den. Weil den finde ich einfach richtig geil. Weil der hat einfach ein richtig schön, ein richtig schönes Farbbild ab. Dadurch, dass du, äh, ihn zwar selber vor allem als grün liest, aber du hast überall dieses Orange mit drin. Sowohl in diesen Pusteln, als auch als Schatten der Haut, aber auch wieder im Rost vom Schwert. Und dadurch hast du quasi diesen, diesen Ton, der überall drin ist, aber eben nur als Akzent. Und, was bei dem auch richtig gut ist, dass, ähm, er sich dafür entschieden hat, das Metall von dem Flegel, äh, und auch die Zungen in einem etwas kühleren, bläulicheren Ton zu halten und die nicht ganz so runter zu webern, weil sonst würde das Modell zu gelblich wirken. Ich glaube, der hat die einfach NMM gemalt. Ja, die sind NMM, aber sie sind ja so, so kühl, bläulich, sag ich mal. Weil, wenn die jetzt auch noch super abgerostet wären, hast du nicht, und die Zunge vielleicht noch etwas hautfleischiger wäre, dann wäre das Modell nachher zu gelbgrün. Du musst ja bei einem gut balancierten Modell immer schauen, dass du die drei Primärfarben mit drin hast. Die müssen ja nicht pure drin sein oder du brauchst kein pures Blau, sondern hier sieht man eigentlich perfekt genau dieses Prinzip, dass dieses, ähm, Violett der Zunge und das Blau von den MMM eben schon genug kühle Töne reinbringt, um das Ganze auszubalancieren. Und das ist, äh, ja, es ist Nörgel. Nörgel ist einfach dafür gemacht, dass es einfach ein geiles Farbbild abhat. Und ich finde das, äh, der Rost am Schwert... Ja, da gucke ich die ganze Zeit drauf. Das sieht richtig realistisch aus. Ich meine, wir haben hier im Keller einige verrostete Rohre, die wir öfter mal betrachten können. Und das sieht wirklich aus, als hättest du ein Rohr aus dem Keller hier genommen. Ja, also bitte einmal, äh, kommentieren, wie hast du das Rost beim Schwert gemacht? Dem Rost. Dem Rost. Dem Rost. Das Rost. Das Rost. Wie hast du das Rost bemalt? Ja. Äh, ich hab ne Idee. Äh, ich, ich sage, das ist, ähm, mit Typhus, Corrosion und Riser Rust. Ne. Ne? Ne. Ne. Das wird auch eine Effektfarbe sein und vielleicht Pigment auch. Genau. Das ist auf jeden Fall Pigment. Das sieht so richtig dreidimensional aus. Genau. Aber so ist das mit Typhus, Corrosion und Riser Rust auch. Aber das ist, äh, viel, äh. Nicht so. Nicht so. Ich hab das selber auch oft benutzt, die Kombination. Ja. Das ist nicht so. Also, quasi, Typhus, Corrosion und Riser Rust ist quasi die Walmart-Version davon. Das ist, äh, das ist anders. Ja. Was krieg ich, wenn er jetzt schreibt, ist Typhus, Corrosion und Riser Rust? Dann kriegst du ne Packung Spekulatius. Dann kriegst du ein Typhus, Corrosion und Riser Rust. Ja, mein Wegen. Also, ne, das ist irgendwie so mit Pigment und sowas. Boah, ich, also bitte, bitte kommentieren. Irgendeine Effektfarbe vielleicht. Ganz wichtig. Ja, find ich geil. Ganz wichtig. Ich brauch das Rezept. Brauchen bestimmt andere aus der Community auch. Okay. Dann... Haben wir den Marvin. Marvin ist ja eh ein absoluter Mad-Lad, ne? Ja. Weil, kennt ihr Marvins Space Wolves? Ja. Und ich hab immer, äh, ich hab so gedacht, ah ja, cool, er macht die ganzen Fahrzeuge halt in der Holzoptik und so. Ja. Und war so, okay, ist mega geil, aber bestimmt mega aufwendig. Und jetzt fängt er einfach an, hier die ganzen Marines auch in Holz zu malen. Und, äh, das sieht einfach so verrückt gut aus. Also, das ist crazy. Ja. Also, es ist, glaub ich, einfach so dieses, ähm, es könnte schlechter gemalt sein. Und es würde trotzdem cool aussehen, weil das so unfassbar unique ist. Wahrscheinlich bist du der einzige Mensch auf der Welt, der seine Space Marines mit Holzrüstungen bemalt. Ich find das geil, dann ist das wie so ein, so ein Kampf-Marionetten-Ding. Du hast auch bei Elden Ring diese Asche, die diese Marionetten sind, so, die erinnern mich daran. Und ich muss einmal ganz, ganz, ganz krasse Props geben an dich, Marvin. Du bist einer der Menschen, die es verstanden haben und noch Ehre besitzen. Denn dein Ragnar Blackmane ist blond. Danke dir. Stimmt. Danke dir. Ja. Er hat's richtig gemacht. Er hat's richtig gemacht. Und ich bin, ich hab das gesehen und ich war einfach nur glücklich. Ah. Guck mal, er hat sogar, hier bei dem, ähm, bei den Bloodclaws, hat er sogar die Faust in einem anderen Holz gemacht. Also die, die E-Faust. Ja. Ja, das Backpack auch, ne? Das ist irgendwie in diesem Klauen. Das ist total cool. Super, super individuelle Armee. Du musst mal bitte, ähm, am Ende des Jahres, musst du mal bitte so ein Gruppenfoto von allem, was du schon in dem Farbschema fertig hast, posten. Ja. Aber, ähm, das, äh, ich muss das sehen. Also, weil ich weiß, du hast mittlerweile unfassbar viel davon, weil ich da regelmäßig neue Sachen sehe. Aber so alles zusammen. Aber nicht jetzt, am Ende des Jahres. Ja. Also, gib dir nochmal drei Monate. Immer mal durchballern. Genau. Beziehungsweise eher fast vier. So, dann, uh, da will ich die Bases sehen. Mh, Markus. Dann haben wir als nächstes den, äh, Christian. Der ist auch ein Fellow Flash-Eater-Bro. Äh, und, äh, da kann ich auch sagen, ich hab ja auch die Spirit bemalt. Das ist schon, ähm, echt tight. Also, sieht nicht nach viel aus. Aber das auch in einem Monat zu machen, ist auch auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Und, äh, die sehen richtig cool aus. Man denkt immer erst so vorher, ach, da ist noch gar nicht so viel dran. Und dann fängt man an, die zu bemalen. Und dann findet man tausend Sachen. Und, ähm, die sind richtig cool bemalt. Okay. Ich liebe die Idee mit den Rosen auf den Bases. Und, äh, jetzt will ich auch definitiv eine Armee, die Rosen auf den Bases hat. Das heißt, äh, nachdem ich meine Stormcast gemacht habe, brauche ich ein Projekt, wo ich Rosen auf die Bases mache. Aber, das würde ja, also ich finde bei Flash It Accord ist es so ein richtig geiler Kontrast. Mhm. Weil du ja dieses, dieses Widerwärtige mit eigentlich einem Ding, das als so richtige Schönheit und Perfektion steht. Mhm. Also das ist, äh, einfach ein unfassbar guter Kontrast hier. Stilistisch. Ja. Ich könnte es mir bei Vampiren halt auch richtig geil vorstellen. Ja, stimmt. Weil das halt so sehr Klischee ist. Ähm, aber ich finde gerade bei den Ghoulen, das ist irgendwie, irgendwie, ich glaube, ich interpretiere mehr da rein. Ja. So dieses typische Deutsch-Dichter-Interpretieren. Aber, äh, für mich ist es einfach wirklich diese Basis des Grotesken zu Wunder. Wie schön und das Biest. Es ist basically wie schön und das Biest. Und ich liebe es. Ja. Also, ich muss auch mal bitte kurz sagen, äh, Christian, du musst nochmal bessere Fotos machen. Weil ich zoome gerade an, äh, an die ganzen Flash-Eater-Sachen ran. Und, äh, die sehen, ähm, auf den ersten Blick gar nicht so krass aus, wie sie eigentlich bemalt sind, wenn man ranzoomt. Mhm. Du hast ja wirklich überall, äh, hast du Farbverläufe drin. Jeder von den Ghoulen hat eine andere Hautfarbe. Mhm. Und sowas. Äh, das, äh, hier dieses Fleischbanner von dem einen, äh, das sieht auch unfassbar gut aus eigentlich. Ähm, ich verlange bessere Fotos. Das schuldest du uns. Ja. Ich kann nur, ich bin zwar hier jetzt noch nicht in dem, äh, exklusiven Livestream mit, äh, konstruktiver Kritik. Ich würde nur empfehlen, weil ich glaube, dass das Gesamtbild dann nochmal besser ist, die Base-Ränder schwarz nachzuziehen statt braun. Ähm, weil dadurch die Bases irgendwie ein bisschen unabgeschlossen aussehen. Ja. Ihr das auf jeden Fall. Leute, immer schwarze Base-Ränder. Macht immer schwarze Base-Ränder. Egal, welche Base-Gestaltung ihr habt. Glaubt mir, weil ihr bekommt dann diesen Diorama-Effekt für jedes Modell in sich geschlossen. Äh, vertraut mir da einfach. Wirklich. Ich hatte auch mal die Phase von braunen Base-Rändern und ich bin froh, dass die bei mir vorbei ist. Die hatten wir alle mal. Gw ist es ja auch schuld. Die machen ja bis heute noch die Legion Drap als Base-Rand. Ja. Ich hatte auch mal den ersten Corn-Bersacker. Die haben auch braune Base-Ränder. Ja, aber macht das halt nach, weil das ist ja offiziell halt so, ne quasi. Ja. Macht schwarz. Macht einfach schwarz. Ja. Ja. Und der hat einfach, äh, er schreibt jetzt in 2000 Punkte Nighthound. Es sieht aber einfach aus, als wären es 8000 Punkte Nighthound, die auf dem Tisch stehen. Das erfüllt mich persönlich auch einfach nochmal mit Stolz, weil Sel ist ja auch einer meiner Schützlinge, meiner Coaching-Teilnehmer. Oh, ja. Habt ihr die Nighthound auch im Coaching bemalt? Ne, die Nighthound nicht. Äh, aber das ist einfach ein unglaublich schönes Ergebnis an Armee. Und ich bin, äh, ich bin einfach immer glücklich, wenn ich Arbeiten meiner Schüler sehe. Weil ich mir immer so denke, so, ja, das hast du geil gemacht. Weil es sieht echt nach einem extrem effizienten Army-Painting aus. Ich meine, es sind einfach 2000 Punkte Nighthound in einem Monat. Das sieht so gut aus. Ich meine, klar, es sind jetzt nicht 2000 Punkte Jeans die Nighthound in einem Monat. Aber, äh, alles 2000 Punkte in einem Monat ist krass. Ja, also, ähm, aber wie du sagst, es ist super effizient. Weil, ähm, zum Beispiel jetzt die Skelette, äh, die Skelettreiter mit den Sensen. Ja. Da könnte man sich total dran aufhängen. Und, äh, Sel hat das einfach übel gut gelöst, indem er einfach gesagt hat, Bro, ich mach die einfach schwarz-weiß. Ja. Ich, äh, quasi, äh, locker ist das halt einfach nur so, die waren weiß und dann schwarzes Allshade drüber. Mhm. Und, äh, dann halt, äh, danach die Flammen noch so ein bisschen gemacht. Und das wirkt mega stimmig. Ja. Das sieht, glaube ich, finde ich sogar besser aus, wie wenn die jetzt einfach, ähm, die gleiche Farbe wie die, äh, wie die Pferde hätten. Mhm. Mit den Skeletten. Wir haben halt in den Coachings, was wir halt, ähm, so ein bisschen besprochen hatten, waren, äh, vor allem die grünen Flammen. Mhm. Da sind wir so ein bisschen zusammen durchgegangen und so ein bisschen Farbkomposition. Und ich war auch gerade so, was genau hat man eigentlich davon noch alles gecheckt? Wir haben auch, also wir haben einiges theoretisch über das Projekt besprochen. Und auch so ein bisschen Austausch war auch noch mit den Bases noch unsicherbar. Ähm. Die Bases sind auch cool. Ich hatte die eigentlich auch in einem Monat gebastelt, weil ich, ich sehe gerade hier diese eine Million von diesen, ich glaube es sind 20 von diesen Sensenreitern. Mhm. Und ich wäre schon ausgerastet, wenn ich die, äh, hätte basteln müssen in einem Monat. Stimmt. Auf der anderen Seite sind die auch noch mal 10. Ja. Ach, das war eine geile. What the fuck. Oder er war, äh, smart und hat sich die einfach bei Tabletop-Ankauf geholt. Krass. Ja. Lifehack. Wenn ihr übrigens auch fertig gebastelte oder sogar fertig bemalte Modelle kaufen wollt beim Tabletop-Ankauf, gibt's 15% Rabatt, äh, für alle Supporter. Übrigens, das kriegt ihr auch bei Caramel-Teatschaften noch dazu. Ja, stimmt. Rabattkaufs. Oh Gott, das haben wir voll vergessen. Oh nein. Und alle, die jetzt am Anfang schon, die jetzt schon abgeholt haben. Oh scheiße. Kannst du das bitte unten einblenden? Ach und wir kriegen übrigens auch unteren Rabattkaufs. Wir machen ja eh nochmal ein eigenes Video, wo wir das einmal erklären. Ja, ja. Weil, und es steht ja dann auch drinnen, wenn man draufklickt. Das stimmt. Aber, weil wenn, wenn der Space Marine 2 Stream geklappt hat, dann wissen die Leute jetzt eh schon davon. Ja. Aber, äh, ja. Äh, dann, äh, ja, nach dieser kurzen Werbepause, gehen wir weiter zu T-Hero. T-Hero. Ohhhh. Der hat 2000 Punkte Black Templar ready bemalt. White Templar eher. Aber, ja. Voll geil. In drei Wochen. In drei Wochen. I like that. Hat er die alle bemalt. Ja. Hat er dazu geschrieben hier, um… Okay, ich fühl mich einfach, ähm.. Violated. ja also ich denke mir so also für mich ein bisschen herausgefordert weil irgendwie haben die leute einfach richtig kranke monatsziele alle gemacht und ich denke mir jetzt so wie lange habe ich nicht mehr so ein krasses monatsziel geschafft das stimmt aber muss jetzt auch dazu sagen die sind halt wirklich battle ready also viele von den details also jetzt meine sword brethren so generell das metall ist halt auch noch nicht bemalt und sowas da sind halt schon so grundfarben eingebloggt das von weitem aussieht wie bemalt und dann dauert zeit dann aber das ist ja das gute er hat quasi die möglichkeit gefunden wie er alles schnell auf einem von tisch entfernung schon mal ready look kriegt und dann kannst du dir die zeit lassen nach und nach dann sagst er dann machst du jetzt alle kunden dann machst du jetzt noch das metall ein special schmurbel oder sowas aber das finde ich gerade wenn du halt zocken willst eine super methode such dir eine möglichkeit dass du schnell alles schon mal mit farbe drauf kriegst weil das ist auch einfach geiler für deinen gegner weil lieber nur halb bemalt aber es sieht von weitem schon mal fertig aus als plastikraum ja und trotzdem eine krasse leistung auf jeden fall weil es ist ja trotzdem das ganze überall drauf und so und auch weiß halt sieht jetzt auch von von oben jetzt nicht so aus als wäre das gesprengelte weiß oder so ja und kommentiert doch bitte mal warum du den cork in den in den platten von der army box hast das würde mich mal interessieren ob das irgendwie alles habe ich schon ein paar mal gesehen das ist das ist so diese box ist von ikea das ist so ein ikea schreibtisch organizer ding aus metall wurde das ist nicht army box das ist also ich diese einschub fächer die sind von ikea kann sein dass er da hinten eine army box oder ein a case hat jetzt hast du den call to action zerstört jetzt haben wir einen kommentar weniger naja er kann mir ja sagen was es wirklich ist ob es das ikea da ist ich kann mich ja auch irren schreib mir was es wirklich ist zehn sätzen die realität in jedem einzelnen kommentar ja alles gut dann haben wir von bpick ein bisschen speed geländer das sieht auch sehr cool aus mag den diesen düsteren look und dieses diesen leuchteffekt von dem ich bin sehr neidisch dass er das gelbe symbol auch leuchtend gemacht habe ich habe mir die flammen gemacht vielleicht muss ich das nachträglich bei unserem set mal auch machen aber muss man jetzt auch sagen wir haben ja eine sache in der sommerpause tatsächlich mal bestellt fürs hobby wir haben zweites wir hat fällt bestellt weil wir eigentlich richtig bock auf das system haben da kann muss ich das ding ja noch mal an mal aber ich dachte vielleicht mache ich das nächste dann irgendwie so feuer leuchtend weil die die eine seite ist ja guran und die andere ist ja akshi und die seite passt ja eher zu guran und die andere machen wir dann eher so akshi ja das ist cool dann von mad os x haben ich weiß gar nicht was das für eine unit ist haben wir auf jeden fall jede menge doggles ja das sind die bolton boys das ist von song of ice and fire das ist von song of ice and fire von bolton weil bolton hat ja seine seine hunde die er in der serie ja auch sehr präsent hält und rené war ja auch immer so ein bolton-fan echt du bist also quasi kein bolton-fan im sinne von ich mag den sondern im sinne von ich finde das ist ein super bösewicht weil man den so richtig hasst und ich finde wenn man so bösewichte so richtig hasst dann ist es einfach ein guter charakter und so ist wenn er auf screen kommt und bis rektor ja kannst ja mal ein paar bolton sachen mit pen and paper übernehmen aber ich muss sagen also er hatte auch dazu geschrieben ja sind jetzt nicht gut bemalt aber für mich reicht es ich finde jetzt super also die sind auch okay ich finde gerade zum beispiel hier dass diese lederbänder bei den bei den hunden dir hast du richtig gut hinbekommen ja die sehen wirklich so richtig abgenutzt ledrig aus dass bei den hunden man sieht so ein bisschen die ganzen muskelpartien das kommt alles ein bisschen durch ja vielleicht ist es nur eine schicht contrast aber dafür ist es eine sehr sehr gut und präzise aufgetragen schicht contrast und als jemand der auch sehr viel song of ice and fire mal gespielt hat ist muss ich sagen bei dem system lohnt es sich jetzt auch nicht so viel mehr arbeit rein zu stecken weil die figuren geben einem nicht so viel die ganz ersten waren schlimmer die neueren sind schöner aber sie stehen alle eng in einem regimen du schiebst sie übers feld das spiel findet ich vor allem hat den hauptteil dass das spielsystem macht spaß und hat jetzt nicht die krassesten geilen figuren von daher mega geil ich finde halt auch ich mag am liebsten den kontrast zwischen den bases und den dunklen kleidung das finde ich funktioniert sehr gut und sieht sehr dark fantasy mäßig aus ja finde ich auch danach kommt jetzt was das finde ich so geil von several people der hat eine million harleken bemalt ja und der hat eine sache gemacht die richtig besonders ist er hat nämlich sein avatar umgebaut und der mega aus der ist das geil ich weiß nicht da das auch wieder bitte einmal kommentieren hat ist der kopf komplett selber gebaut ist das eine 3d druck pfeil bitte bitte melde dich aber ich glaube sogar dass der selber gebaut ist ja also und das also das ist so cool wenn wenn der neue elder kodex kommt und falls dann wirklich ein harleken detachment drin sein sollte dann werde ich die idee sowas von klauen und falls man darin dann halt einen avatar spielen kann dann werde ich mir auch so ein so ein harleken avatar machen also so auch ich weiß es wird keine jojo reference sein aber galaxie schema lila und türkis das ist star platinum das sind original die farben und das film von jojo stand vor allem wenn du den part 4 vom color scheme anguckst und ich würde einfach so i fucking love it aber diese die die zöpfe hier vorne also der kopf selber kommt mir bekannt vor diese zöpfe hier ich glaube auch dass das ein originalkopf ist ich glaube die sind vom avatar von kane von den daughters of kane ne ich glaube das ist einfach der also der avatar der neue aus plastik der hat ja drei verschiedene köpfe aber diese diese zöpfe werden nicht von ihm sein also auf jeden fall ich glaube schon dass es einen kopf gibt der das hat ich weiß noch nicht ob der auch den zopf hat es sieht aber halt einfach ich liebe auch die fahrzeuge aber das ist ja auch so was das sehe ich schon häufiger mit diesem galaxie muster auf elder farbschemern und ich bin halt auch so wenn es zum beispiel bei einer abstimmung darkel geworden wären dann hätte ich auch galaxy darkel es ist halt auch einfach so turbo smart ne weil es sieht super gut aus und es ist und du hast nicht diesen abfakt mit krassen airbrush highlights oder karten akzenten oder schissels und so du kannst eigentlich einfach nur mutschen hier die zöpfe die gibt es ja ja dann ist das wirklich einfach der kopf mit der maske warum jetzt hast du auch den call to action kaputt gemacht aber der zöpfe ist glaube ich noch irgendwie kasten meist und hat allein die maske so buschiger aus ja und der geht in die andere richtung aber es ist sehr geil ich bin bin verliebt und auch sehr kiene crisper free hands auch auf dem auf dem umhang vom avatar das muss man auch noch mal sagen dann haben wir als nächstes auch noch ein sehr krasses monat ziel von torlor der hat zwei spearheads bemalt die erste ist die stormcast spearhead aus scaventide und die gefällt mir richtig gut weil die so das gold finde ich richtig geil das funktioniert mega gut im kontrast zu den bases das sieht irgendwie auch einfach so mega das sieht so richtig nach dark souls aus irgendwie mit diesem magenta finde ich geil das sind die gleichen fliegenden felsen die ich auch benutzt habe für die heathenheit bitte einmal sagen wie das gold gemacht hast das sieht mega gut aus weil das ist auch trotzdem so contrasty mit den mit den kanten und ich möchte gerne das rezept für die für diese magenta flammen haben also nicht das leuchten auf den base das sieht auch sehr sehr cool aus aber das ist so ein bisschen dezenter aber wirklich das von den von den flammen ich liebe diesen magenta ton der gefällt mir das ist so ein richtiges burgunder eher schon fast fuchsia das finde ich richtig schick das ist wirklich so also die stelle ich mir vor wie gesagt ich spiele gerade ein ring ne farum asula das ist diese stadt im himmel wo es diese ganzen tornados gibt ja ich stelle mir vor die sind quasi gerade da und das ist ja auch alles so grau und grau und dann kommen und dann hast du da diese stormcast sie diese farbakzente da rein ring total cool aber kommen wir mal zu dem viel krass noch krasseren teil von torloos monatsziel hat einfach auch noch eine cities of sigma spearhead bemalt ich denke mir einfach nur so bro du hast einfach ich muss die stormcast bemerkt das ist schon geil aber so ich würde sagen das ist so ein vernünftiges monatsziel ja und dann geht torlo einfach noch hin und sagt so ach dann mache ich auch noch eine city spearhead also ich muss gerade bei diesem geschoss ding stationsding sagen ich glaube da hat gew auch schon eine gute vormodellierung beim holz geleistet aber das holz die banner in der kombination mit dem decal und dann unten schön diesen matschigen boden also ich glaube das ist das richtig geiles beispiel für es war wahrscheinlich gar nicht so viel aufwand aber es sieht einfach wie 80 mal mehr aufwand aus was ist ultra sick macht aber auch die haut von den typen ist richtig richtig schick geworden die sind so richtig contrast die realistik es ist halt auch wieder irgendwie auf sein also ich finde es geil dass tolo 2 irgendwie grim dark ansätze hat ja die komplett verschieden sind aber trotzdem das gleiche gefühl vermitteln ich finde die city sehen sie ein bisschen gemäldemäßig aus wenn man hier mal so an die körper ranzoomt die sind einfach wirklich richtig gut bemalt also ich glaube dass das schon echt aufwendig war wenn man jetzt hier mal so sich so ein von den infernal typen anguckt da haben ja dieses beige obendran dann darunter eine andere farbe und so und es ist alles ultra clean also wenn man das kann akzentuiert ist halt jedes jede fläche hat irgendwie so geil separiert und so und es ist nicht irgendwo drüber gemalt oder so oder drüber gewürztet ist irgendwie sehr clean aus und noch mal extra punkte einfach weil es cities sind verrückt und wir so wir haben nicht gemalt oder sie direkt wieder was richtig geiles von whiplash hat einen sehr davon bemalt diesen geilen skink auf dem dino und holy shit ich bin mir nicht sicher ob die steine gekauft sind ich finde die kürze sehen sie auch als hätte man die sich aufs green stuff modellieren können aber das muss ich mir merken mal bei so einem teichigeren urwaldschema einfach mal so runde steine zu benutzen in kombination mit also diesem eckigen kork irgendwie vermittelt mir das eine ganz neue form von realistischer umgebung dass das so glatte steine sind dass die natürlich vom regenwasser et cetera schön glatt geschliffen werden und es ist glaube ich bis jetzt eine der besten anwendungen von ich glaube es sind wirklich laserplans das habe ich mich auch gerade gefragt ob das laserplans ich glaube das ist nicht alles ich glaube es ist teils laserplans also auf jeden fall jeder der faden im hintergrund so links im hintergrund dass laserplans ich glaube hier das vorne links ist ein laserplans ja aber hier diese kleinen auf dem boden die sind ja ja oder hier das hier dieser dieser dicke busch das ist glaube ich auch gedruckt und dann auch hier schön mit den mit den holzstrunken hier ist auch wieder nicht nur wasser auch das wasser hat eine extrem geile farbe und dass es zu den rändern auch leicht heller wird und dann liegen da diese blätter drin ist wahrscheinlich mit resine ausgegossen das ist einfach eine wunder wunderschöne base ja holy shit rené müssen deine noch mal ein bisschen mehr aufwerten und auch noch mal so wasser effekt mit dazu machen und noch mehr vegetation also man sieht ja wirklich kaum noch was vom boden aber das macht es irgendwie noch geiler und dann hast du diesen richtig geil pink böllernden dino da oben drauf der so einen schönen kontrast zum boden erzeugt das ist auch einfach wieder der perfekte einsatz von farbtheorie i fucking love it erst mal grundsätzlich ist der dino richtig schön mit dem hell dunkel wechsel vom bauch ich liebe es ich liebe es einfach ja ich würde sagen zwei machen wir noch ja und dann sind wir durch ja und haben wir als nächstes hier von seppe ich weiß nie also ich eigentlich kann ich mir namen so gut merken ich weiß aber nie wie das ding heißt aber drei stück ja aber egal wie der heißt der sieht auf jeden fall geil aus ich finde da ist so die die haut finde ich eine coole nögel interpretation ich mag das auch bei nögel oder generell bei so dieser seuchen diesem solchen thema mache ich das immer lieber wenn die haut eher so in so einem sehr hellen grün ist was nicht so knallig ist weil das irgendwie so weiß ich das das gefällt mir besser und dann kann man halt wie hier perfekt gezeigt so schöne knallige akzente mit diesen ganzen pustel setzen und das sieht in kombination einfach mega geil aus da bin ich auch richtig stolz weil mit selber arbeite ich jetzt schon ich glaube fast ein halbes jahr an der nörgel armee im hinblick auf dass wir es vielleicht schaffen dass er die zum rumpel fertig und dahin kommt weil ich sehe wieder so viele einzelne coaching elemente wir haben in stunden die hörner gemacht wir haben die haut gemacht also jetzt nicht an dem modell und das macht mir noch mehr freude weil wir haben quasi an anderen modellen wir haben die rüstung zusammen konzeptiert wir wie er die macht den lila stoff diesen roten schatten in der nörgelhaut und alles wir haben ölfarben an seinen ganzen nörgelsachen geübt und an dem modell hat er quasi komplett alleine gearbeitet nur so mal eine zwischenfrage gestellt und da sieht man so ein bisschen die früchte der anderen modelle wo ich es ihm daran gezeigt habe und dass er es jetzt selber komplett umgesetzt hat und zu meiner vollsten zufriedenheit also selber wenn du das siehst ich bin ich bin sehr ich bin sehr also ich finde es halt vor allem super dass das jetzt quasi nicht das coaching modell ist weil es halt zeigt dass es hat wirklich was das coaching hat gesessen dass das ist für mich dieses perfekte er kann es 100 prozent anwenden was wir zusammen gemacht haben und gerade die gesamte seite ansicht wo man diese gelben pusteln noch mal richtig heftig sieht ich liebe es habe ich weiß ja auch wie die bases von der armee aussehen im gesamtbild das geil aussehen ich finde die beiden coolsten details für mich sind ist die sense die sind im mega nice aus dem rost und ich mag die fliegen dass die so schwarze flügel haben und dann sogar so grün leuchtend sind das ist irgendwie cool das gibt noch mal so einen geilen effekt irgendwie so weil vom weiten sieht das aus als ob es so magischer glitzer ist und dann gehst du ran und du bist so das sind alles fliegen aber auch wieder bestes beispiel leute traut euch mal öl washes zu machen es ist einfach es ist der geilste ich mag die kotze am meisten die kotze ist auch gut die ist super die simpel aber die sieht halt so grotesk aus weil die so gedärmig aussieht ich merke gerade im eifer des gefechts habe ich hier von ol ninja den den klondes ja stimmt hier ist er mein dragon brother ist doch fertig geworden ein roter klondes cool ein rotes mit schön goldener rüstung finde ich auch anders ich finde alleine so ein großes modell zu bemalen ist ja schon das ist schon ein riesen ding ich habe den hautton cool das ist so ein bisschen auch so mir gefallen die die interpretation der leute der aos modelle im kümeltee monatsballer sehr gut ja bei aos trauen sich die leute sehr viel mehr vom boxfahrtschema abzuweichen bei kein arsch irgendwas von der lore weiß und deswegen ist allen egal ist wie sie sachen anmalen ja gut aber das hat ja scheinbar auch einen vorteil da kommt jemand sagt nächtlich ist der blau nicht gelb ja dann ganz zum schluss haben wir noch von levin ja einmal schnell drüber eine one page rules rattenarmee auch sehr cool gemalt ist so eine so eine schule irgendwie erinnert die mich an war machine von der optik ja stimmt ja oder ich finde so ein bisschen ein paar genauer auch an an so wow oder ja das sieht aus wie wow ja das ist es weil das irgendwie so ritterlichere ratten sind so ein bisschen sauberere als die von warhammer und ich finde ich den den die thematik auch richtig cool aber ja also für mich vielleicht auch weil es so goldblau ist ja ich wollte gerade sagen wir denken einfach an stormwind weil weil die haben weiße quasi so weißen stoff dann blau und dann halt so schilde und dann sind wir halt automatisch bei stormwind aber finde ich cool royale ratten auch wenn du das vielleicht nicht willst aber für mich sind sie das jetzt finde ich könnte man auch aber fast so übernehmen für für die aos ratten vom farbschema her dann vielleicht ein bisschen runtergeweatherter aber dann wirkt es wieder eher sowie ja die haben halt irgendeinen ritterklan überfallen und halt einfach deren rüstungen und stoffe geklaut weil warum sollten die die jetzt umfärben die nehmen ja einfach das was sie sich nehmen finde ich richtig cool ach leute ich bin stolz auf euch er hat wieder richtig viel geil gemalt ja nice ich finde dieses mal war wirklich also die einsendungen war hatten dieses mal echt eine krasse qualität ja also es war schon immer cool was die leute im community monats mal da gemacht haben aber dieses jahr war es irgendwie so war ich oft so wow krass auf welche qualität die leute das wirklich hat so in der zeit bemalt haben absolut also ich finde wirklich wenn man es vergleicht also es sind so viel mehr sachen wo man einfach sich so denkt krass ich will wissen wie du das gemacht hast ja und und vor allem sind es halt auch oft dinge wo ich nicht so wo ich halt nicht nachvollziehen kann wie es gemacht wurde und das finde ich auch noch mal richtig spannend dass man da irgendwie einen coolen effekt sieht und einfach man fragen muss so hey teilst du dein wissen mit mir und das finde ich total schön dass man halt auch noch mal dass man nie auslernt und dass man irgendwie immer neue inspirationen kriegt ich finde also mich hat das auf jeden fall jetzt motiviert ein bisschen angestachelt für die neue monatswanderer staffel weil ich fühle mich jetzt ein bisschen herausgefordert von der community weil die alle so geile monatsziele und so große gemacht haben und ich muss ich muss irgendwie muss wieder rein ich muss man muss wieder schandetassen ich freue mich jetzt aber auch dieses jahr sagst du jedes jahr keine schandetassen ja ja bla bla ich freue mich jetzt aber auch wieder richtig projekte zu starten übrigens kleiner teaser noch die kardia armee ist bestellt also die astra militant ist bestellt ich hoffe sie kommt einfach nächste woche an dann fange ich nämlich schon mal an zu filmen das heißt das ist etwas das auf jeden fall diesen monat passiert versprochen und ich muss es vor allem hin fertig kriegen weil dann muss ich mich an so cool rumble projekt setzen aber eine liste geschrieben wir haben alles bestellt ja da wird es auch bestimmter was in der kanal mit die schrift war noch ja das ist ja also auf jeden fall behind it so viel damit so viel zu dran zu tun sein dass bestimmt eine kleinigkeit geben also ich finde das ist zb echt wirklich ein richtig gutes beispiel weil wenn wir quasi von a bis z eine komplette 2000 punkte armee dokumentieren sind dann sind das wahrscheinlich eigentlich drei oder vier parts mit oft segmenten die für ein video gar keinen sinn ergeben weil man braucht halt ein gewisses tempo damit der durch eine durchschnittliche youtube zuschauer hat nicht abschaltet was ja vollkommen verständlich ist aber genau da den kram der kommt dann zum beispiel dahin ja und da und so durch die kanal mitgliedschaften kriegen wir halt auch die ressourcen ready um dieses material zu verarbeiten und deswegen aber jetzt um nicht hier den den kanal mitgliedern dem das große spotlight zu geben die sind nämlich auch nur ein ein teil des ökosystems vielen dank an unsere patrons ja denn ihr seid die die uns seit jahren dieses projekt möglich machen absolut und bitte seid nicht sauer wenn ihr wenn jetzt so ist das nicht so wie cribs und blotts ist mit kanalmitgliedern und patience also ihr seid alle auf eure art und weise genau gleich wichtig also das muss man wirklich auch mal sagen und ihr braucht auch keine sorgen haben dass jetzt irgendwie patron in irgendeiner form vernachlässigt wird wird oder sonst irgendwas nein patron bleibt so wie es ist wir wollen einfach nur leuten die uns unterstützen wollen mehr optionen geben ein gegenwert dafür zu erhalten der vielleicht individueller auf sie angepasst ist weil kann ja auch sein dass du sagst hey ich habe gar keinen bock auf tutorials ich will eigentlich nur groben eine liste bewerten lassen wenn wir sehen wie rené sich eine kerze in die nase steckt behind the scenes shots we got you covered deswegen an der stelle vielen 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 dank an alle unsere pantomanser und pantomans war und zwar agentum daniel frederic gollonaut kuruga war sel sebe rayback alexander asteroth krisurius dennis dominik frank peter fandre ich habe die reihenfolge verkackt goofy metz und wadermaster jan kevin konflikt lennart launzicilius manu marcus marvin und natürlich auch noch ein riesiges dankeschön an games island für das sponsor des kanals das stimmt auf jeden Fall ich habe rennenfurtz der große richtig komisch ausgestellt rennenfurtz der große ist aber auch der ikonischste namen also es ist einfach jetzt nennen sich alle nur noch pass auf jetzt machen leute dann so kanal mitgliedschaften mit dem scam tier damit die dann irgendwie sich auch so nennen können wie so furzbacken kopfmann und wenn das jetzt der erste das erste kanal mitglied ist noch dann musst du das mal vorlesen ich lese das nicht vor furzbacken kopfmann ja dann tschüss und nächste woche gibt es dann wieder richtigen also das heißt richtigen content aber nächste woche gibt es dann wieder nächste woche und gibt es dann wieder action ja tschüss tschüss schüss schüss so ich hier